Hast du das auch, dass du manchmal denkst, du gehörst ja nicht hierher? Ganz oft. Ich sitze manchmal da und denke so, hey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe. Ganz oft. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Dann stellt mir irgendjemand eine Frage und dann antworte ich und dann lacht vielleicht jemand. Ja, und ich sage, krass, hat funktioniert. Schon zehn Jahre rum. Schürde. Er kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!